Als nächstes zeigt uns die Dominik Dissamera vom Rapshof, ein F1-Egidienberger. Geboren 2009, also sechs Jahre alt. Der Vater ist Gitanu Suave, ein GK Flamenco-Sohn und die Mutter ist Snö, eine Askerfrau Graunhild-Tochter. Der wiederum ist ein Orison, wie ich gerade sehe. Oh, und die Mutter der Mutter ist eine Niklas-Tochter, Niklas-von-Wiesenhof-Tochter. Die Dissamera, so heißt ja die Stute, hatte ein Geschwulst an der Scheide gehabt. Das ist vor circa einem halben Jahr weggeschnitten worden. Das Untersuchungsraum war nicht bösartig. Es ist nicht mehr nachgewachsen, nur der Hinweis, dass das gewesen ist. Aber heute ohne jede Bedeutung ist auch alles bestens verlaufen und nur der Vorständigkeit habe erwähnt. Sehr, sehr schickes Pferd, traumhaft schöne Farbe, wobei ich immer braune Pferde besonders schön finde. Schon als Kind fand ich das am tollsten. Aber bei ihr so dieses Dunkelbraun mit dem hellen Maul, das ist schon sehr schön. Okay, dann lass mal antölten. Sie hat sehr viel taktklaren Tölt. Ist eigentlich extrem einfach zu tölten. Auch Dominik hat jetzt ohne Glocken fertig gemacht, um sicher zu sein, dass sie nicht irgendwie anfängt zu rollen, sondern einfach nur so gezeigt wird, wie sie ohne jede Unterstützung einfach so daher töltet. Ganz einfach, null Probleme im Takt, sehr, sehr bequem zu sitzen. Und so wie Dominik, die sie jetzt hier reitet, so könntest du in fünf Stunden, wenn die Kondition halten würde, immer noch weiter reiten. Es ist so ein Typ, immer tölter, ruhiges Tempo, extrem bequem zu sitzen. Vom Temperament her kann es auch sein, dass sie jetzt ein bisschen zu ruhigen Eindruck macht. Sie ist schon ein bisschen ein peppiges Pferd, was gerne gut vorwärts geht. Gut, dass man sie nicht unnötig treiben muss, das kann man leicht sehen. Aber man kriegt vielleicht so ein bisschen den Eindruck, das wäre auch geeignet, so als reines Anfängerpferd. Und da sind wir auf gar keinen Fall dafür, weil dafür ist sie einfach zu flott unterwegs, zu peppig, zu viel vorwärts tragen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt so aussieht, sie braucht auch mit Sicherheit keinen Reiter, der über nur ganz besondere Spezialkenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um irgendwie einen heißen, durchknarrten Istender reiten zu können. Das absolut nicht. Aber sie ist auch nicht so das Anfängerpferd, wo sie vielleicht jetzt so den Eindruck erwecken könnte. Wobei, was jetzt so tölt, Reitfähigkeiten anbelangt, muss der Reiter nur wirklich nichts Besonderes mitbringen. Einfach ruhig drauf sitzen, ruhigen Kontakt zum Maul halten und der Rest kommt ganz von alleine. Okay, dann mal gerne Trab. Ganz viel Tölt, ganz viel takterer Tölt, trotzdem ist der Trab immer recht gut abrufbar. So, ich sag mal, durchschnittlicher, gut durchschnittlicher Trab. Etwas weite Bewegung, so müsste der Haltung, müsste sie ein bisschen gearbeitet werden, jetzt noch, dass sie ein bisschen runder ist, der Trab könnte mal ein bisschen mehr am Zügel stehen, Tölt könnte auch ein bisschen runder sein. Okay, dann Galopp, vorsichtig. Angenehme Galoppade. Also auch da sieht man nochmal, dass wenn wir sagen, das ist ein Pferd, was ein bisschen peppig ist und ein bisschen flott ist, dann ist das nicht eine Umschreibung dafür, dass so nach alter Pferdehändlermanier man sagen will, das ist eigentlich ein Durchgänger. Sondern es ist einfach nur so, wie ich es gesagt habe, nicht mehr. Und wenn man jetzt hier den einfach rund gerittenen Galopp sieht, dann sieht man auch, dass sie angenehm und leicht zu reiten ist. Und da nicht mehr dahinter steckt, als das, was ich jetzt gerade erklärt habe. Okay. Gut, das war also Samera vom Rapshof aus der Zucht der Familie Fröhlich aus Sohnsbeck und seit einiger Zeit hier, hier bei uns eingeritten worden und rundherum sehr schönes, angenehmes, wie ich meine, sehr, sehr schickes Pferd. Okay, Dankeschön.